Musik 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 Ja, ich bin glaube ich Musik 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 Ich bin fertig mit der Welt Musik 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 Ne, da war doch was Nein! Ahah! Ja, der will handeln! Musik Musik Die ganzen Dinger, wenn ich nicht Das kann auch weg, das kann auch alles weg, das kann auch weg, hm, weg damit. So. Ich glaube, jetzt bin ich aber pech. Jo. Ich komme wieder nach Hause. Okay. So. Übrigens, wir sind jetzt bei einer Stunde 14. Das heißt, wir dürfen jetzt irgendwo in der 98. oder 99. Folge sein. Oh mein Gott, sind wir beide in der 100. Folge? Ja, oder? Die Staffel dann endlich ver- 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 Boah, ich hab den- Äh, siehst du meinen Kopf? Mein Kopf grad? Ja. Ich bin der Feuerloch. Ich bin der Feuerloch. Kleingel, du niedere Kreaturen. Ne, nicht du, aftxn Tier getötet. Das hat sich nicht vor mir her gekniet, und damit musste ich's umbringen. Es war ja klar, wer dich nicht befreit wird, getötet. Das war's für heute. Oh man, jetzt ist hier eins seiner Tiere im Weg. Ähm, Chris? Ja? Ich brauch dich kurz hier. Wieso? Weil eins meiner kleinen Tierchen im Weg sitzt. Wie meinst du eins meiner kleinen Tierchen? Im Garten. Ich muss da zwei Grasböcke hinsetzen, aber da ist eins meiner Viecher im Weg. Dann tönt es doch. Wie kann man töten? Das hat keiner gesehen. Oh man, hast du es gerade wirklich getötet? Das war ein Scherz. Nein, was nicht. Doch, Sancho. Das ist ein nahrungsloser Killer. Jetzt kann ich anfangen, die Garten hier draußen zu bauen. Hast du gerade meinen Friedhof weggemacht? Jo. Aber was wird das, äh, nicht dass wir das gleich nachher suchen, ne? Das ist so schön ordentlich aufräumend. Mario? Ich will nicht gleich noch die Smoke-Maschine suchen. Alles okay. Alles okay. Alles ist gut. Solange ich meine Smoke-Maschine kenne. Ja, wie soll ich sonst? Everyday Smoken. Okay? Everyday Beat Smoken. Geht der sonst gar nicht. So. Das ist unerledigt. Ab in die Küche. Ah ja, kochen wollte ich. So, was hast du da mal gesagt? Wäre gut für die, äh, warte mal, ne, das ist ganz sinnlich. Ich hab jetzt Kartoffeln. Was hab ich hier? Ah, ein bisschen Mingo oder so. das ist ich bin wohl ein Haus bis die Grösse ist mit dem was ist das Niederländler leckte die lecker lecker ist wegen so kennt sich jetzt kann ich mir gut warten ein Tag oder oder so gut Pass auf, ob du dieses Mingo machst. Oh man. Keine Ahnung, was man da ausmachen soll. So, jetzt kann ich ja mal wieder den Inventar entleeren. Irgendwie es jede zweite, dritte Folge ist, Inventar entleeren. Wow. Was sammest du so viel? Sag mal, extra brauchst du, wir sammeln nicht so viel. Ich sammle ja auch nicht so viel. Na. Warum so viel habe ich einen Rucksack bei mir dabei? Was? Puh! Meiner wäre jetzt draufgegangen. Okay. Ja, wenn du mich auf dein Nebensal ganz achtest, dann wirst du gleich angegriffen von irgendwelchen kleinen Viechern, die voll rassistisch sind, nur weil du schwarz bist, ne, greifen dich an. Nur weil du schwarz bist? Ja. Ja, mit solchen Vorwürfen habe ich dir zu tun. Als schwarzer Smoker. Da schon wieder, so voll die Rassisten, ey. Apotheker. Auch nie einen schwarzen gesehen? Das macht die mich sauer. Scheiß Eingeborene, ey. Vergisten, 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 vergisten. Und jetzt. Boots! Und Boots! Mit dem Hammer drauf. Okay, scheiß Rot heute. Erst wir von Rassismus reden, dann Rot heute. Was? Ich bin schwarz, ich darf das sagen. Wie funktioniert das? Bitch. So. Ja, haben wir noch irgendwo Samen von Bäumen übrig? Wahrscheinlich nicht. Das sieht nicht besonders gut aus. Was? Ach. Haben wir noch. Was hab ich mir denn auch besorgen? Moneybag sack. Moneybag? Und jetzt? Oh! Ja, gut. Haben wir noch, äh, access war. Mist. Okay. Oh, jetzt darf ich noch die ganzen Einzelteile für den Garten aussuchen. Oh, wie dämlich ist das denn? Cyan object to find witch clues. Kann man halt einfach bei ons im Haus hängen. Jetzt dürfen die Teile von der Burg sein. Das war's. Ich glaube diese Staffel wird ein paar Folgen mehr als 100 Folgen haben. Du könntest aber auch ein bisschen was rausschneiden, dass es genau 100 Folgen sind. Will ich das? Ja, weil es ist voll gerade, so 100, voll geplant. Wenn du die 100 Folge erreicht hast, so Trompete. Kann man doch mal ein Konzert geben. Wie du auch da freust du so eine musikalische Folge? Die Schachfiguren, wolltest du die für ein wirklich richtiges Schachfeld haben oder auch im Garten stellen? Schachfeld. Come on. Bio, man. Wir machen ein richtig fein geiles Schachfeld. Digga. Das wird's legendär. Ja. Es ist so legendär, dass ich gar nicht auf einen D erwarten kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. So. 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 Das ist böse enden können. Aber besser nicht aus der Ruhe kommen. Du schaffst das einfach. Du bist ja der Wacker, du machst das schon. Und dann kann dir kein viel was. Ich bin ja der Feuer dort. Da grabe nicht meine Autorität. 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 Scheiße, was ich wieder alles machen wollte. Du hast doch hier dein Heilzeug, dein Heilwasser. Ja. Wie viel ist das? 1.500 oder 1.000. 764. Ich muss ja nicht alles verwenden. Muss man dafür komplett unter Wasser sein? Oder reicht nur der Kontakt? Kontakt. Geil. Oh, so eine Sprinkanlage. Teil Wasser. 1.000. Oh, so eine Sprinkanlage. 2.000. 3.000. 3.000. 4.000. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. Aber Mario, du respektierst doch meine Autorität. Ja. Ja. Autorität. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein unstabile Pocket der Menschen. Ich hab hier ein Portal gefunden. Kann man gleich auch noch machen. Wie gleich bin ich jetzt da grad? Ja ich bin grad dabei den Garten aufzubauen. Ist doch scheiß egal. Nein. EGART kannst du doch später machen. EGART muss aber schön werden. Was meinst du für eine Dimension? Ich hab das irgendwie nicht so verstanden. Weißt du noch die Portale die wir übergenommen haben? Ach die Dinger. Äh. Ja können wir machen. Jetzt. Ja. Ähm. Ich muss da eben zu dem Portal legen. Ja. 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 Ich geh jetzt erstmal runter zu dem Teleporter. Und ich will den Garten noch bauen. Ich bin da. Ich bin da. Ich schieße doch durch. Ja. Ich bin da. Weil, das ist alles klar. Moment. Nee. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Das ist das Wasser. Damage per Swing 12.9, Raid of Fire 1.9 Damage 3 EPP 52 Pixel, 1 Diamanten, 4 Solarium Aores und 4 Silber Aores Soll ich alles nehmen oder willst du noch Aorot? Nehmen alles, ich gucke gleich bei Buggles & Stuff Hast du eine andere Kiste gefunden? Ja Was hast du alles drin? Raketenwerfer Oh geil Damage per Swing 46 Ich bin dann ja auch schon wieder durch Das ist ein Upgrade-Modul Ich mach mal im Garten weiter Ok, die C-Belle lass ich fliegen So 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 Und morgen musst du wieder arbeiten? Ja leider. Hey, wie richte man denn nochmal so eine Lampe aus? Okay. 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 Ja, aber ich hab doch jetzt noch Raketenwerfer, aber dann versuch ich doch mal den. Ich hab ja noch zu essen. Was ist? Ging nur ums Essen gerade, hab ja noch. Jetzt immer nur ums Essen, ne? Na klar. Das ist zu schwachen. Ich hab das auf, ich hab das auf. Ich hab die Hände nicht auf. Ich hab das auf. Ich hab das auf, ich hab das auf. Ich hab das auf. Ich hab das auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020